Um halb eins aufnehmen ist immer eine gute Idee, Critz. Yay! So, die Runde ist halb voll, das ist doch schön. Ich mein, wer will schon um die Uhrzeit noch Endergames zocken? Außer mir. Du brennst, mein Freund, du brennst! Lösch dich! Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Runde Endergames. Ich bin der Critz, ihr seid auf Illusion Gaming. Ich spiele Endergames, hab ich schon gesagt. Ich bin Barbar, weil ich nichts anderes freigeschaltet hab. Es ist mitten in der Nacht, ich bin total verpeilt, nehm jetzt die fünfte Runde auf, hab richtig verkackt alle anderen. Und hoffe, dass wir jetzt gewinnen. Und weißt du, wisst ihr was, wenn ich die jetzt verkacke, dann lade ich die einfach so hoch, ist mir egal. 5, 4, 3, 2, 1, komm, Attacke. Und ich bin eh so voll der... Ah, hier, geil. Was, was, was? Alter, das war mein Eisen. Fickt euch doch mal richtig, fickt euch einfach. Hier, gib mir, gib mir das. Gib mir die... Pff, das war sowas von meine, das waren meine Diamanten, Junge. Meine Nachbarn freuen sich, ich bin da richtig gut drauf, die lieben mich, die lieben mich. So, komm, snack ich mir ein bisschen Holz. Hier, komm, Baumstamm ab. Komm, komm, hauen weg, los. Weckebumst wird das Ding. Darf man das sagen? Weckebumst? Ja, ich denk schon. Komm, auf YouTube ist alles erlaubt. Darf ich bestimmt Bumsen sagen. Wobei ich das Wort eigentlich nicht so schön finde. Gibt echt schönere Worte dafür. Ähm. Ist das ein Trun? Ne. Hier hat jemand... Aha, Sherlock. Ich glaube, da hat jemand Holz... Alter, halt den Mund... Handy. Ich glaube, da hat jemand den Baumstamm kaputt gemacht. In zwei... Warte mal, warte mal. Ich seh keine Trunen mehr. Ich glaub, die sind auch wenn dann auf den Bäumen gespawnt. Die spawnen, glaub ich, nicht hier so dazwischen. Und wenn dann sehr selten. In 24 Blöcke. Ja, super. Ich bin jetzt hier im Arsch der Welt. Der verfolgt mich, oder? 30? Ne. Jetzt haut er ab. 53. Das sieht gut aus. Hier ist schon wieder Ende im Gelände. Ich brauch mehr Blöcke. Ne. Ich brauch... Was brauch ich? Was wollt ich sagen? Hab ich eigentlich gar nichts, Alter. Ich hab richtig gar nichts. Ich bin so richtig, richtig arm. So komplett gar nichts, hab ich. Hier, da kann ich mich weg-teleportieren. Das bringt mir aber auch herzlich wenig. 60 Blöcke hinter mir. Okay, dann rennen wir mal. Oh, ein Speedblock ist schön. Die mag ich. Ach. Bein gebrochen. Ist mir auch egal. So. Sind hier irgendwelche Thronen... Oh, hier kommen wir mal um. Alter, hör auf zu cheaten, Junge. Komm mal raus hier. Geil. Jetzt hab ich ein Steinschwert. Richtig gut. Hat sich richtig gelohnt. Merkt ihr eigentlich... Oh, da ist einer. Verpiss dich. Ich snack mir jetzt ein Steak und du verpiss dich. Okay? Abgemacht. Deal. Okay, tschüss. So. Steinschwert bringt uns auch nicht so viel weiter. Aber Diamanten, das bringt uns was. Wie viel noch? 37 Blöcke. Wir müssen weg. Oh, oh, wir müssen ganz schnell weg. Jetzt wär so ne Enderperle was geiles. Wenn ich jetzt sterbe, ohne dass ich das Enderschwert... Äh, das Enderschwert, vor allem das Dia-Schwert gemacht hab, dann dreh ich richtig am Rad. Okay, der kommt nicht näher. Der kommt nicht näher. Ist ganz schnell, komm. Ganz, ganz schnell. Komm, 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 bevor ich geoportet werde. Komm, bitte. Okay, alles gut. Alles gut. Alles gut. Puh, okay. Alles gut. Ähm. Da ist ein Schaf. Geil. So, in 71 Blöcken. Ich glaub, ich renne halt... Ich weiß nicht, ich geh jetzt einfach offensiv drauf. Ich hab die letzte Runde versucht, irgendwie wegzurennen. Das hat mich gekla... Oh, komm, komm. Schwert, schwert. Und weg bist du, Alter. Weg bist du. Ja, jetzt hau ich dich auch noch kaputt. Bist du ein scheiß Ritter, ne? Ah, bist weggeportet worden. Dann hau ich dich halt um. Zack, bist du auch weg, Alter. Was ist... Oh, ist doch kein Problem. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. So, was ist denn hier geiles? Habt ihr mal irgendwie Ausrüstung dabei? Irgendwie? Nur scheiße. Hier ein Krönchen. Super. Zieh ich mir halt ein Krönchen an. Schwuchtel. Darf man das auch sagen? Ich glaube, das darf man auch sagen. Gut. Ähm. 87 Blöcke. Wobei, Schwuchtel ist echt eine doofe Beleidigung. Eigentlich ist das keine Beleidigung. Da hat es so ein bisschen, ne? Äh, da. Komm, den hauen wir auch um. Junge, willst du dich mit mir anlegen? Fick dich doch, du scheiß Boastbärmer, Junge. Was willst du tun, ne? Ja, was, ne? Hast du wohl verkackt? Oder ich hab's verkackt. Fick dich. Ich hab mich selbst umgebracht mit der scheiß Enderperle. Aber ich find, die erste Enderperlenwurf war noch ganz geil. So, so. Zack. Ins Wasser. Gut, lief das super. Ich geh mal in den Hub. Ins Hub hier. Und ich such mir noch eine neue Runde. Wobei, um die Uhrzeit, ich seh schon, das wird problematisch. Hier, neun. Na, null. Neun. Okay. Geh mal da rein. Ich such mir hier noch schnell den Barbaren aus. Wobei, weißt du, wisst du was? Ich lass das hier einfach laufen. Straight to the road. Wir spielen noch eine. Das geht hier fix. In 27 Sekunden geht's auch schon los. Wer will skypen? Deine Mutter. Achte auf deine Fortwahl. Haben die wirklich jetzt deine Mutter? Krass. Deine. Vielleicht, weil ich mich verschwinde. Achso, wenn ich sie richtig schreibe, ist es okay. Dann ist es erlaubt. Aber Mutter mit M-U-D-D-A ist nicht okay. Okay. Ich nerv nicht. Aber deine... Och, was? Wer will skypen? Weil ich deine Mutter bangen konnte. Konnte vor allem. Das war schön. Was, ein Kind? Ja, ich bin ein Kind. Ich bin immer schon ein Kind. So, wie wir sehen, ist die Runde nicht ganz voll geworden. Das ist schade. Aber größere Chance für mich zu gewinnen. Charlie, ich liebe dich. Ich auch. So. Hier, drei, zwei, eins. Wir sind hoffentlich wieder der Barbar, ne? Habe ich gleich gemacht, oder? Hier, komm. Ja, richtig scheiße. Ist egal. Da ist eine Truhe. Die hat er. Dann laufen wir einfach mal... Verpiss dich! Hau ab! Lass mich! Mann, ey. Ich hasse das, wenn die mir alle immer vorrennen. Das kriege ich immer das Kotzen. Das ist so wie so eine... Keine Ahnung. Wie die Streber in der Schule. Ich weiß es. Ich weiß es. Halt die Fresse! Darf man das sagen? Warum hat er denn das jetzt hier nicht so... Hat dich nicht so interessiert, die Truhe, ne? Bist du ein bisschen dumm? Ja, Vergiftung bringt mir ehrlich gesagt nicht so viel. Ich weiß nicht. Goldschwert? Schreibt mir in die Kommentare, ob ein Goldschwert besser ist als ein Holzschwert. Wahrscheinlich, oder? Ein Goldschwert muss doch besser sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich lauf einfach mal weiter. Habe ich schon Holz gesammelt eigentlich? Ne, habe ich nicht, ne? Sollte ich nochmal machen, irgendwie. Aber ich habe keinen Bock, in den Dschungel zu rennen. Dann werde ich nämlich eh getötet, wahrscheinlich. In 20 Sekunden geht es auch schon los. Dann sollte ich es vielleicht doch machen. Danach ist es immer ein bisschen kacke. Wir haben so einen richtig... Schade. Ich dachte, es wäre eine Truhe. Wir haben so einen richtig geilen Trank der Vergiftung. Schaden wäre natürlich besser gewesen, irgendwie. 50, kommen die näher? Ne. Alles gut. 52. Alles gut. Schutzzeit beendet. Da kommt wer? Da kommt wer? Da kommt... Oh mein Gott! Da kommen welche! Da kommen welche! Lauf, 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 Crids! Lauf, lauf, lauf! Alles, was du hast. Lauf, lauf... Ach, du Scheiße! Da kommt der Nächste. Okay, okay. Wir laufen einfach so viel wir können. Und ich versuche mal, nach oben zu kommen. Immer die bessere Position. Aber ich habe leider nicht meinen Bogen. Okay. Die scheinen jetzt nicht so auf mich zu... Wahrscheinlich sehe ich einfach nicht so nach dem... Wahrscheinlich sehe ich einfach zu gefährlich aus. Das wird es sein. Mit so einem geilen Holzschwert. Da denken die sich... Ne, ne, ne. Damals, meine Mutter hatte schon ein Holzschwert. Die hat mich auch kaputt gehauen. Was ist eine Pussy? Genau. Das habe ich mir auch immer gedacht. 24 Blöcke. Das ist doof. 23 Blöcke. Das ist auch doof. 24, okay. Wo ist denn die Truhe hin, die da gerade stand? Die ist natürlich weg. Super. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach offensiv drauf hier. Oh, oh, oh. Okay, okay. 100 Blöcke. Okay. Okay. Jetzt brauchen wir mal ein paar Truhen. Irgendwie mal was Geiles. So, so. Diamanten. 300 wären geil. Da würde ich sagen... Snap, das ist gut. Snack. Gesnackt. So. Geschwindigkeit haben wir wieder. Haben wir hier noch irgendwo so eine richtig... Da ist hier. Komm, den haue ich um. Den haue ich jetzt um. Der kriegt erst mal so einen richtig krassen Trank gesnackt. Und dann haue ich ihn richtig in die Fresse. Und damit habe ich jetzt hier ein richtig geiles Diamantschwert. Und... Einen coolen Helm. Und so Tränke hier. Da sind doch noch Diamanten hier. Die brauchen wir. Nimm doch mal die Diamanten, mein Freund. Alter, fick... Nimm doch mal die Diamanten. Okay. Okay. So, dann brauchen wir mal hier irgendwie... Ah, okay. Lass mal was essen. Iss, iss, iss. Äh, was kann man dafür denn machen? Äh, Schuhe. Ja. Keine Ahnung. War wahrscheinlich richtig dumm. Uh, uh, uh. 100. Warte, was ist denn hier geiles? Warte, 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 da. Den haben wir aber schon. Das brauchen wir nicht. Einen Bogen wäre geil. So, den behalte ich auch. Ich hätte nicht das Gold werfen sollen, oder? Das war nicht so eine gute Idee. Äh, hier, das ist doch gut. Das ist doch auch super. Das ist doch auch toll. 60 Blöcke. Oh, das ist ja gar nicht mehr so weit weg. Aber wir könnten verzaubern. Aber leider. Ja, was willst du tun, ja? Was willst du tun, ja? Zack, hab ich dich getroffen. Oh. Ich treff den nicht, Alter. Ich bin einfach ein Versager. Darf man das sagen? Das war auch richtig super. Geil. Geil. Ein Schinken hat mich getötet. Aber das hat mich auch komplett verwirrt. Ich wurde weggeportet. Dann wegen der Enderperle wieder zurück. Dann hab ich den einen erschlagen, glaub ich. Ich glaub, das war mein Kill. Und DenaTV hat mich dann getötet. Ach, und jetzt hat schon jemand die Runde gewonnen. DenaTV. Der Name ist auch nicht geklaut. So, ich denke, das war die unspannendste und behindertste Folge Endergames, die je auf YouTube produziert wurde. Ich freu mich, dass ich das machen durfte. Ich hoffe, ihr hattet keinen Spaß dabei. Macht auf jeden Fall Dislike und schreibt, ich bin scheiße. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Bis dahin. Tschüss.